3, 2, 1, los geht's. 1 2 3 3 3 4 5 5 5 4 5 6 5 5 7 7 7 1, 2, 2. 1, 2, 1, 3, 4, 5. 5. Also 5. Ihr möchtet schon 5. Jetzt kommen wir auf 6. 6 ist auch nicht schlecht. 1. Halt. 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 Wow! Damn, wow. Aber wenn ich nur so ein bisschen stehe, so. Ich mag das, wenn du so ein bisschen stehe. Oh. Halt. Eins. Zwei. Drei. Zwei. 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 Wir machen das mit Dussan, weil wir keine Reikers haben. Er ist meistens mit Dussan und Lagerz-Nesser. Dussan ist ziemlich gut für uns. Wir beginnen mit Fabian, mit dem Feint. Der Feint zu der rechten Seite. Dann stecken wir nach vorne. Wir kommen von der rechten Seite, kontrollieren meine Blase. Dann stecken wir nach meinem Foot, in der Front. Ich bin in Langebot. Wir heißen das die Posture der Fearsome Life. Ich bin in Langebot. Er kommt und er kommt mit meiner Hand. Und er kommt mit meiner Hand. Was ich auch mache, ist, dass ich meine Butler hierher wandelte. Wenn er von der rechten Seite kommt. Ich möchte meine Hand hier. Und das ist, warum er meine Front Legen benutzt. Er ist eine Wласbund. Die Traum sind nicht drin. Das ist eine Wälder eternig. Das ist eine Wälder, welche Sie das erwähnen. Ich bin in Langebot und die Sieg der Fall. Der Fall ist eine Wälder, ist eine Wälder. Und ich stecke meine Schwung und komme zurück. In der Stelle geht es und neben dem,? Oh, nein, er hat einen Retreat, er hat einen Backlack, er hat ihn öffnet und er geht um meine Begegnung. Und weil ich nicht dieses Punkt in meinem Gesicht oder in meinem Begegnung habe, ich erhebe ihn und erhebe ihn auf die Seite, Das ermöglicht er einen weiteren Schritt zu machen und steppe von unten auf der Seite. Ich stecke ihn jetzt und stecke ihn. Ich stecke ihn jetzt an. Ich stecke ihn an. Ich stecke ihn an. Ich kann hier eine Shield-Strike benutzen, aber meistens sind wir entangert mit einem Shield-Bind, was wir hier benutzen. Wir können den anderen Seite zeigen. Vielleicht ist es besser zu sehen. So, hier kommt der Hand. Und jetzt kommt der Hand und mein Foe. Ich parriere ihn. Ich gehe da und gehe da. Ich gehe da, gehe da und gehe da und gehe von der Trotts. Und jetzt sagt er, oh, fuck! Und er versucht mich mit einem Shield-Bind, er versucht mich mit einem Shield, mit einem Shield, das er sich aufbaut. Seite zu mir, mit dem ich Stab, Slash und zurückkehren. So, und das ist das, wie wir interpretieren den Rapier Play No. 17 in Paul Sektormeyer. So, 17 ist der Beginn von Rapier und Rondin und wir können noch mehr machen, in der Zukunft. So, vielen Dank Fabian und vielen Dank für die Zuschauen.